In der Milchproduktion zu arbeiten, bedeutet Verantwortung für die ganze Herde zu übernehmen. Die Kontrolle eines jeden Individuums rund um die Uhr spielt dabei eine zentrale Rolle. Je mehr Informationen Sie über die Leistung Ihrer Kühe haben, desto fundierter können Sie Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt treffen. Ziel der Entwicklung von CowManager ist es, unseren Kunden diese umfangreiche Kontrolle zu ermöglichen, indem Fruchtbarkeit, Gesundheit, Ernährung und Standort der Kühe genauestens überwacht werden. Mit den präzisen Informationen aus CowManager können Sie sich den Tieren widmen, die ihre Aufmerksamkeit benötigen und somit präventiv eingreifen und gleichzeitig effizient arbeiten. Das spart Zeit und Kosten und sorgt außerdem für eine gesunde und leistungsstarke Herde. CowManager war das erste Unternehmen, welches einen Ohrsensor für Kühe entwickelte. Die Platzierung am Ohr bietet zuverlässige Daten zur Temperatur und dem Verhalten der Tiere. Der Sensor wird einfach ins Ohr der Kuh eingekniffen. Das System ist drahtlos, benutzerfreundlich und sehr einfach zu installieren. Eine Verknüpfung mit einem Herdenmanagementprogramm ist weltweit zu fast allen Systemen möglich. Auf Ihrem Computer oder Smartphone erhalten Sie Benachrichtigungen in Echtzeit. CowManager ist ein innovatives Familienunternehmen, das unsere Produkte in unserem eigenen Milchviehbetrieb testet und entwickelt. Das System wird durch monatliche Updates auf neuestem Stand gehalten. Zusammen mit unserem weltweiten Händlernetz in mehr als 40 Ländern bieten wir kompetenten Support. Dank CowManager haben Sie Ihre Herde rund um die Uhr im Blick. Mit unserer Sensortechnologie können Sie nicht nur Ihre Kühe optimal managen, sondern fördern auch den Gesamterfolg Ihres Betriebes. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website unter www.cowmanager.de